Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich stehe hier am schönen Rhein, an der Bastille. Hinter mir die Arosa. Und warum stehe ich hier am Rhein? In gut 1,5 Stunden kommt hier ein U-Boot vorbei. Das soll ihr anlegen an der Bastille. Heute Abend ist dann Saisoneröffnung am Tanzbrunnen mit Kasala und Feuerwerk. Davon keine Aufnahmen. Aber ich habe mir gedacht, von der oder von dem U-Boot kann ich das euch schon bringen. Ja, damit ihr auch seht, dass ich wirklich am Rhein bin. Da die Bastille. Und dort ein Schiffchen mit Container drauf. Und jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Mal schauen, wie viele natürlich wieder mit Musik unterlegt. Übrigens da der schöne Kussmund. Sehr schön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.